Putin in Not, nun tauchen aufgetaute Meldungen über Nord Stream auf. Arbeitet da wieder jemand im Kreml zu? Nee, ich glaube, Deutschland ist, bei aller Kritik macht Deutschland die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit. Ich meine, na gut, Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden. Das heißt, die Regierung könnte der Staatsanwaltschaft verbieten, in Sachen Nord Stream zu ermitteln. Das wäre meines Wissens möglich. Man kann, glaube ich, wenn es erfolgt, wenn die Staatsanwälte, die werden ja nicht gewählt, Staatsanwälte. Die sind ja staatlich kontrolliert. Das heißt, da bestünde wohl eine Möglichkeit. Das heißt, von Bundesseiten der Bundesregierung will man, dass die Ermittlungen weitergehen. Und an sich ist es ja in Ordnung so. Es kann ja nicht sein, dass man es einfach ignoriert, was da passiert wurde. Zu ermitteln, ob es nun die Russen waren, die es selber gesprengt haben, ob es, wie es die Räuberpistole von Seymour Hersh uns verkaufen wollte, die Amis waren, zu fragen, ob es die Polen waren, die Ukrainer oder der Vatikan, das ist ja schon eine durchaus wichtige Frage. Die Frage ist halt, was man mit den Informationen macht und dass man nicht einfach akzeptiert. Also ich meine jetzt mal bei aller Liebe und bei aller Solidarität gegenüber der Ukraine. Einfach zu erwarten, dass wir zu akzeptieren haben, dass die Ukraine, die von Deutschland mit Waffen und mit Geld beliefert wird, dass die einfach konsequenzenlos Infrastruktur in Deutschland sprengen kann. In Deutschland oder beziehungsweise für Deutschland mit deutscher Beteiligung. Nicht etwa in Russland irgendeine Fabrik, die dort Munition produziert. Das sollte schon ein paar Konsequenzen haben. Also da muss ich ehrlich gesagt sagen, da halte ich mich mit meiner Kritik etwas schon zurück. Denn wenn das stimmt, wenn dort wirklich der ukrainische Geheimdienst die Nord Stream gesprengt hat, noch ist es ja nicht erwiesen, es sind ja nur Ermittlungen. Wenn das stimmt, muss das schon bearbeitet werden. Deswegen sollte man die Ukraine nicht den Russen vorwerfen. Nicht, dass man mich da falsch versteht. Das ändert nichts daran, dass es eine geopolitische Katastrophe wäre, wenn Russland diesen Krieg gewidt. Das ändert nichts daran, dass die Gefahr für Deutschland mehr aus Russland besteht, denn aus ukrainischen Saboteuren, die irgendwelche Pipelines sprengen. Auch das ist unzweifelhaft, wer hier der Bösewicht ist. Aber deswegen kann man ja nicht den Ukrainern erlauben zu tun und zu lassen, was sie wollen. Also das geht ja auch nicht. Weil dann entscheiden sich als nächstes, dass irgendwie eine Lieferung von, keine Ahnung, von Bier die Moral in Russland hebe und dann sprengen sie ein Schiff im Hafen, was nach St. Petersburg Heineken, äh nicht Heineken, was weiß ich, Becks liefern sollte oder sowas. Das geht ja auch nicht. Also ich meine, irgendwo müssen Grenzen gezogen werden und dass die Ukraine nicht einfach eine Pipeline sprengen kann mit deutscher Beteiligung, die der deutschen Energiesicherheit dient, das erklärt sich eigentlich von selber. Ähm, da muss es irgendwelche Konsequenzen geben. Nur eben, wie gesagt, die müssen auch am deutschen Interesse orientiert sein. Und das deutsche Interesse ist eben nicht, die Ukraine den Krieg verlieren zu lassen. Aber das deutsche Interesse ist auch, der Ukraine nicht nach in Freiheit zu geben und der aller Welt zu zeigen, auf Deutschland darf man herumtanzen, auf Deutschlands Nase, wie man will. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.